Hallo und herzlich willkommen bei MenschMesh. In meinem heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Affinity Designer eine Vorlage erstellen könnt für ein Stehkristall oder Eiskristall, die ihr auch in Affinity Photo sowohl auf dem PC oder Mac als auch auf dem iPad verwenden könnt. Wir beginnen mit einem neuen Dokument, Command N oder Steuerung N auf dem Windows Rechner. Das Dokument soll eine Breite von 1920 und eine Höhe von 1080 Pixeln haben und ich habe hier jetzt eine Auflösung von 300 dpi gewählt. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich vielleicht auf dem iPad oder hinterher in Affinity Photo das Ganze auch in einer etwas größeren Auflösung druckfähig haben möchte. Ich klicke auf OK und das Erste, was ich mache, ich habe seit dem Update auf 1.6 des öfteren mal Abstürze gehabt. Ich speichere erstmal das Dokument mit Command, Shift und S und dieses Dokument nenne ich Schneekristall Zeichenvorlage. Durch zweimaliges Drücken der Taste M wähle ich das Ellipsenwerkzeug aus und dann habe ich hier oben die magnetische Ausrichtung eingeschaltet und hier auch die Pixel Ausrichtung. Ich gehe in die Dokumenten Mitte und von hier aus zeichne ich jetzt mit gedrückter Command und Shift Taste einen Kreis von 1000 Pixeln Durchmesser. Daraus mache ich jetzt hier mit Convert to Pi, den wandle ich um in ein Kuchenstück, wo ich den Startwinkel auf 60 Grad einstelle, hier oben, und den Endwinkel auf 90 Grad, so dass ich insgesamt ein Stück von 30 Grad habe. Von diesem Stück erzeuge ich jetzt ein Symbol. Dazu wechsle ich hier auf das Symbol-Panel, klicke hier auf erstellen und jetzt habe ich hier ein Symbol. Ich gehe zurück in das Ebenen-Panel, habe jetzt hier einmal dieses Objekt, das dupliziere ich jetzt mit dem Tastenkürzel Command J oder STRG J auf dem Windows-Rechner. Dieses Objekt spiegle ich jetzt horizontal, wähle mein Verschieben-Werkzeug mit V aus und schiebe das hier rüber. Dann drücke ich die Command Taste und wähle hier das erste Symbol aus, gruppiere jetzt beide und erzeuge daraus wieder ein Symbol, indem ich hier auf Erstellen klicke. Das ist mein Grundgerüst und davon erstelle ich mir jetzt entsprechend sechs Stücke. Das mache ich jetzt wieder mit Command J oder STRG J und jetzt muss ich das Ganze einmal mit gedrückter Shift-Taste um 60 Grad rotieren. So. Und das wiederhole ich jetzt mit Command J. Command J, 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 J und schon ist mein Grundgerüst fertig. Die ersten fünf Elemente hier oder die oberen in meiner Ebenen-Palette, die markiere ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste. Shift heißt ja mal von bis und wichtig ist, dass ihr auf das Wort klickt. Jetzt sind die markiert und die schließe ich ab mit Command L wie Lock. Dann seht ihr hier schon das Schloss-Symbol. Jetzt gehe ich hier in das untere rein, expandiere das mal und nehme mir hier das linke Stück und dieses Stück möchte ich auch abschließen. Command L und wir haben hier das Schloss-Symbol. Und dieses Objekt ist jetzt das einzige Objekt, mit dem ich arbeiten werde. Sowohl in Affinity Photo als auch in Affinity Photo für iPad oder später dann hier im Designer. Ich mache mal folgendes. Ich stelle jetzt mal erst für alle bei diesem Objekt und das kann ich jetzt wieder aufklappen, das Symbol. In diesem Kuchenstück stelle ich jetzt mal für alle die Füllfarbe aus und die Kontur mache ich mal, nur damit man sie besser sehen kann, hier auf 0.1. Das können wir später ausschalten. Es soll nur eine Hilfe sein. Ja und damit habe ich mein Grundgerüst eigentlich fertig. Vielleicht stelle ich die Farbe hier mal auf weiß. Ich möchte nämlich mit einem dunklen Hintergrund arbeiten. Den muss ich noch zeichnen. Ich wähle mal hier das unterste Symbol aus und da möchte ich jetzt hier über das Einfügen oder Insert Target heißt das ja hier im Englischen. In der deutschen Version heißt das Ziele oder so ähnlich. Ihr könnt das an den Bildern ja nachverfolgen. Ich benutze gerne die englische Oberfläche. Dann haben auch mehr Zuschauer die Möglichkeit mir zu folgen. Jetzt nehme ich dieses Objekt hier. Wähle das aus. Das heißt, ich möchte unter der aktuell ausgewählten Ebene weiter zeichnen. Und da lege ich mir jetzt hier ein Rechteck drunter, das ich über die gesamte Zeichenfläche zeichne. Und das möchte ich mit einer dunklen Füllfarbe füllen. Vielleicht sogar mit einem Verlauf. Ich nehme ein Verlaufwerkzeug. Das ziehe ich jetzt hier von oben nach unten. Und das Ganze soll sagen wir mal hier so ein dunkles Blau haben. Und im oberen Bereich ein etwas helleres Blau. Wir wollen so ein bisschen winterliche Stimmung, etwas dunkel und dafür machen wir dann die Schneeflocke gleich ein bisschen heller. Und das ist es im Groben und Ganzen auch schon. Das ist jetzt meine fertige Vorlage. Ich drücke noch mal Command-S für Speichern. Wähle wieder mein Verschieben-Werkzeug aus. Den Hintergrund schließe ich auch mit Command-L ab. Ja, und hier ist jetzt mein eigentlicher Zeichenbereich. Und ihr könnt das jetzt schon sehen. Dazu gibt es ja schon ein paar Tutorials, die das jetzt nicht vielleicht für solche Schneekristalle machen, sondern für Mandalas oder irgendetwas anderes, was sich wiederholt. Ihr könnt jetzt quasi hier drin beispielsweise mit dem Pan-Tool zeichnen. Ich nehme mal hier eine weiße Kontur. Habe ich schon. Ich gehe mal hier rein. Jetzt könnt ihr hier eure Objekte zeichnen. Und ihr bekommt das schön gespiegelt immer. Und das ist ja so vom Aufbau einer Schneeflocke schon ganz typisch. Bekommt ihr hier so ein Muster angezeigt. Ja, und das könnt ihr jetzt natürlich beliebig variieren. Ich kann mal hier die Strichstärke etwas stärker machen. Gehe mal mit dem Knotenwerkzeug hier wieder rein. Zieht das mal hier bis zur Mitte. Ihr könnt hier natürlich auch ganz normal alle Fahrtoptionen anwenden, die ihr aus Affinity Designer kennt. Und erhaltet so interessante Muster, genau wie das eben bei Schneekristallen auch ist, die ja nicht unbedingt jetzt immer identisch aussehen, sondern ganz interessante Formen annehmen können. Ja, und so könnt ihr ganz individuell eure Weihnachtssterne erstellen oder Schneekristalle erstellen und eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich werde jetzt gleich im Anschluss nochmal zeigen, wie man jetzt damit zum Beispiel in Affinity Photo oder in Affinity Photo fürs iPad zeichnen kann. Ich habe dazu diese Vorlage auf meinem Web-Server abgelegt. Die könnt ihr euch auch downloaden. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch jetzt gleich nochmal, wie ihr dann diese Affinity Designer-Datei in Affinity Photo für iPad öffnen könnt. Für die Desktop-Version gilt das Ganze ganz genauso. Ich hoffe, ihr habt eine Idee bekommen, wie man das erstellen kann. Wichtig ist, dass ihr bei den Symbolen immer darauf achtet, dass ihr hier innerhalb des Symbols arbeitet. Ich selber arbeite am liebsten auch noch in diesem Tortenstück, also in dem ich quasi mein Element, das ich zeichne, hier direkt reinzeichne. Ihr könnt jetzt natürlich, braucht ihr die Hilfslinie nicht mehr, hier die Hilfslinie, die Kontur wieder ausschalten. Und dann erzeugt ihr so eure entsprechenden Muster. Ich möchte euch jetzt noch einmal zeigen, wie ihr auf dem iPad aus eurem iCloud-Speicher oder einem anderen Speicher, ich zeige es jetzt hier für die iCloud, die Vorlage aus Affinity Designer öffnen könnt. Ich habe hier bei mir schon mal den entsprechenden Ordner geöffnet. Ich öffne jetzt einfach das Dokument. Und hier ist jetzt erstmal interessant das Ebenen-Panel. Das öffne ich mal. Und ihr seht ja hier sehr schön die Schloss-Symbole. Das unterste Objekt hat kein Symbol und hier drin befindet sich jetzt das Symbol meiner Begierde, meine Kurve. Ich nehme mal das Verschieben-Werkzeug. Und jetzt könnt ihr hier sehr schön sehen, ja, die Symbole aus Affinity Designer funktionieren auch in Affinity Photo auf dem iPad. Jetzt sind hier natürlich eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt hier die Knoten zum Beispiel mit dem Knotenwerkzeug beliebig bearbeiten. Ihr könnt ganz neue Kurven erstellen oder Formen erstellen. Ich möchte jetzt hier einen Kreis einfügen. Und dazu nehme ich hier das Kreiswerkzeug und zeichne mal hier einen Kreis. Und wenn ihr bei Kreisen den Finger auf das iPad haltet, dann sind die immer kreisrund. Also die Ellipsen haben dann gleich lange Halbachsen. Ja, und den könnt ihr dann zum Beispiel hier über den Farbauswähler auch noch mit Farbe füllen. Das ist jetzt einmal die Kontur. Wenn ihr die Kontur ausschalten wollt, könnt ihr hier unten über die Swatches gehen und hier die Kontur ganz ausschalten. Dann könnt ihr hier oben einmal wechseln und sagen, ich möchte die Füllfarbe in Rot haben. Und wie man sieht, werden die dann eben auch in jedes andere Symbol in diesem Dokument übertragen. Ihr könnt noch was anderes machen, was ganz interessant auf dem iPad sein könnte. Das geht natürlich auch in Affinity Designer. Ich gehe mal zurück in das Ebenenpanel. Doppelt tippen auf dem Bildschirm ist wieder das ganze Dokument ansehen. Gehe jetzt mal hier rein und ihr könnt jetzt hier in dieser Ebene innerhalb eures Symbols könnt ihr einen neuen Pixel Layer erstellen. Habt jetzt hier quasi euren Pixel Layer und hier könnt ihr jetzt natürlich auch mit euren Pinselwerkzeugen zum Beispiel arbeiten. Ich suche mir jetzt hier mal einen Pinsel aus. Nehme mal hier zum Beispiel den Tusche Pinsel oder einen Tusche Pinsel. Ich stelle mir hier mal die Größe ein. So. Und vielleicht noch hier eine Farbe für meinen Pinsel. Oder nehmen wir mal einen grünen. So. Und wenn ihr jetzt wieder hier die Pixel Ebene ausgewählt habt, wenn ihr jetzt hier reinzeichnet, dann könnt ihr wirklich hier ganz wunderschön auch mit dem Pen in eurer Ebene zeichnen. Und so eben diese tolle Funktion von Symbolen aus Affinity Designer in Affinity Photo benutzen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ich zeige euch zum Abspann noch ein paar Beispiele, die ich in Affinity Designer erstellt habe. Aber wie gesagt, am schönsten finde ich es selbst damit kreativ zu sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir eure Ergebnisse auf meinem Twitter-Kanal zuschicken oder mir auf Google Plus zeigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei MenschMesh. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.